Wie fühlt sich das an? Das ist natürlich super bei der Fangemeinschaft hier und bei den Spielern, bei den Vereinen allgemein, rum und um, passt alles. Ich fühle mich wohl. Heute 4 zu 1, Heimsieg gegen den FSV Luckenwalde. Es sah am Anfang nicht danach aus. Ja, wir probieren erstmal den Gegner natürlich laufen zu lassen, warten auf die Lücken, müssen Geduld beweisen und dann unterfährt uns der ein oder andere kleine Schnitzer. Und ja gut, wir haben schnell wieder ausgebügelt, haben dann nochmal kurz angezogen und wollten halt dann das Ding auch rüberbringen. Von der Wertigkeit her der drei wichtigen Tore, welches war für dich das emotional wichtigste? Boah, da muss ich ja Union sagen, hä? Sagen musst du gar nichts. Also doch, ich denke war schon gegen Union 2 damals, das war schon... Ja, Ringo, wie sieht es bei dir aus? Heute 4 zu 1 Heimsieg, dein Fazit zu den 90 Minuten? Drei Punkte, ein Tor mehr als der Gegner, das ist das Minimum, waren drei mehr als der Gegner, Hut ab. Gut, haben wir also auch ein Fazit, zwar nicht vom Trainer, aber zumindest von Ringo. Ja, kommen wir jetzt zur Pokalübergabe. Ja, das ist das gute Stück, herzlichen Glückwunsch von uns, von unserer Fangemeide und weiter so, auf die nächsten 50. Dankeschön, werdet ihr auch. Ja, dann entlassen wir ihn jetzt mal in die Kabine, damit er sich nicht erkältet und ja, noch viel Spaß beim Auslaufen. Zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.